Das hat mit Initialzündung, glaube ich, jetzt auch nicht zu viel zu tun. Natürlich gibt es so einen Erfolg, nochmal eine gewisse Stärkung. Wir haben jetzt ja nicht gezweifelt, auch wenn wir gegen den Weltmeister mal verloren haben. Wir wussten, einige Dinge können wir besser machen. Das war ja auch klar. Beim Turnier heißt es irgendwie Schritt für Schritt zu gehen. Das nächste Spiel wird gegen Ungarn vielleicht auch noch zäher, weil Ungarn vielleicht tiefer steht. Weil Ungarn irgendwie mit acht, neun Leuten verteidigt und so ein paar einzelne Konter hofft. Also ich weiß nicht, wir müssen jedes Spiel so wie heute, so müssen wir arbeiten, so müssen wir den Gegner irgendwie unter Druck setzen. Und dann können wir irgendwie Schritt für Schritt vorankommen. Es gibt genug starke Mannschaften in dem Turnier. Und die, die die ersten ein, zwei Spiele oder so immer irgendwie perfekt spielen oder alles rund läuft, die haben in den seltensten Fällen irgendwie ein Turnier gewinnen können.